hi julia ich freue mich dass du heute hier zum interview bist und dass wir gemeinsam die europameisterschaft besprechen in weniger als einer woche geht es los freust du dich ja und wie hallo erstmal ich freue mich natürlich auch und ich kann es eigentlich jetzt kaum erwarten dass es endlich losgeht es wurde viel darüber gesprochen über alle möglichen szenarien mannschaften ausgänge erwartungshaltungen und deswegen kann es jetzt einfach auch mal starten und ja deutschland hat die europameisterschaft bereits achtmal gewonnen wie denkst du stehen die chancen dieses jahr alexander popp hat ja gesagt dass deutschland das zeug zum titel hat was sagst du dazu ja erstmal finde ich es gut wenn die deutsche mannschaft selbstbewusst in das turnier geht ich glaube das ist wichtig dass man ein gefühl entwickelt dass man einfach selbst auch dran glaubt und nur dann kann es auch was werden und nur dann kann es auch passieren ich glaube es ist die ausgeglichenste europameisterschaft dies bisher gab ich glaube die acht titel in der vergangenheit waren unter anderen bedingungen und haben unter anderen bedingungen stattgefunden ich glaube es gibt viele mannschaften die wirklich in diese europameisterschaft rein starten mit dem mit dem willen und mit dem ziel weit zu kommen im turnier nicht wenn ich sogar europameister zu werden und deswegen ist es schön wenn die deutsche mannschaft auch dran glaubt und ich glaube natürlich auch daran hat die hoffnung dass wir weiterhin in dem turnier kommen aber es gibt viele andere nationen die richtig gut gearbeitet haben zuletzt und die eine richtig gute mannschaft auch haben was glaubst du sind die sind die stärken des deutschen teams außer der glaube daran dass sie das von hier gewinnen können ja ich glaube eine extrem einen extrem vielseitigen kader also wenn man mal so auf dem papier guckt was man für tolle spielerinnen einfach an der mannschaft hat man hat ein super mix man hört ja immer jung und alt und erfahrene spielerinnen und man hat irgendwie alle aspekte mehr oder weniger abgedeckt man hat ganz ganz viele unterschiedliche offensivspielerinnen auch die ja für ganz viel dynamik in dem spiel sorgen können die ganz viel auslösen können die ganz spielentscheidend auch sein können ich glaube das ist wichtig dass man viele optionen hat es ist sicherlich jetzt in der vergangenheit so gewesen dass immer wieder ausfälle da waren dass man sich jetzt vielleicht nicht so zu dem zu der einen achse oder zu der einen formation richtig einspielen konnte aber ich glaube man hat jetzt eine gute vorbereitung gehabt man hatte jetzt den kreis den endgültigen kreis auch mal über eine längere zeit zusammen und deswegen stärken gibt es ganz ganz viele in dem team gerade eben man hat ja immer wieder die offensiv ist super ich glaube die defensiv findet sich jetzt aber auch und wächst da auch zusammen und es wird auch extrem wichtig sein dass einfach eine ausgeglichene mannschaft auf dem platz dann steht ja wie du schon sagst ist die der kader besteht aus erfahrenen und jüngeren spielerinnen auf wen werden wir in diesem turnier aufmerksam gute frage ich hoffe dass es immer wieder überraschungen auch geben wird es ist ja immer ein turnier ist ja auch immer dafür da dass man ja die die aufmerksamkeit bekommt wo dann auch wieder spielerinnen vielleicht in neues licht schlüpfen können und sich einfach auch zeigen können auf einer ganz ganz großen bühne es gibt ganz viele junge spielerinnen die jetzt auch in der letzten saison toll gespielt haben eine jule brand zum beispiel ich bin großer fan auch von sydney lohmann die ich immer wieder ganz gerne einfach auf fußball spielen sehe wenn die fit ist sie hatte leider auch ein bisschen mit verletzungen zu kämpfen und die hat jetzt aber auch glaube ich so ihr level wieder erreicht was fitness angeht und hoffentlich wird sie auch in dieser em jetzt einfach auf sich aufmerksam machen können hat sie auch in der chemis jetzt bereits gemacht in der letzten saison und dann gibt es natürlich die achse mit einer alexandra pop natürlich auch und nalina magull und marina hegering die jetzt wieder zurückgekehrt ist die so ein bisschen defensiv stabilisatorin werden soll bei dem turnier also es gibt tolle tolle spielerinnen in der mannschaft zara debritz das sind eher die erfahrenen die dann eben auch die mannschaft ziehen sollen aber man hat es auch gesehen im letzten spiel gegen die die schweiz eine klare bühl die auch einfach mal drei tore schießt und extrem spiel entscheidend sein kann also ich glaube an talenten und potenzialen mangels der deutschen mannschaft nicht woran mangels der deutschen mannschaft denn ich habe in einigen artikeln gelesen dass ja spielerinnen gesagt hat das ist martina post hecklenburg noch nicht gelungen ist ein spiel spielstil der mannschaft zu 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 schreiben also dass alles noch ein bisschen durcheinander ist was meinst du woran liegt das oder meinst du besteht das problem überhaupt noch aktuell ich glaube nicht dass es daran liegt ich glaube dass man einfach wirklich in der vergangenheit selten die mannschaft so zusammen hatte wie man jetzt eben dann auch ins turnier gehen wird und das ist glaube ich dann schwierig sich einzuspielen und deswegen hat sich die deutsche mannschaft ja auch bewusst dafür entschieden oder der trainer starb dass man jetzt einfach auch wirklich drei intensive wochen zusammenarbeitet und zwar trainiert und nicht unbedingt so viel spielt sondern sich wirklich mechanismen aneignet automatismen spielzüge taktische dinge einfach erarbeitet wirklich auch auf trainingsbasis man hat sich auch bewusst nur für ein test spiel dann entschieden gegen die schweiz auch gegen den gegner den man aller voraussicht nach einem normalen tag schlägt und einfach da weiter diese spielzüge wahrscheinlich auch zu verfeinern diese taktischen feinheiten dann einfach noch zu entwickeln und ich glaube das wird es einfach wichtig sein dass man das hört man auch wieder aus den mannschaftskreisen man hat das gefühl die mannschaft findet sich jetzt oder hat sich jetzt gefunden das hat man mit dem spieler jetzt auch noch mal untermalen können auch wenn sicherlich da noch mal andere kaliber dann auch auf einen warten der gruppenphase als jetzt gerade eben auch gleich direkt mit dänemark die zuletzt gegen brasilien auch gewonnen haben das sind richtig gute mannschaften und da wird es natürlich am ende sich zeigen wie gefestigt die mannschaft dann wirklich auch ist aber ich glaube da ist jetzt in den letzten wochen richtig viel zusammengewachsen und hoffentlich bekommt die mannschaft dann auch auf den platz wenn du eine prognose abgeben müsstest wie die gruppe b endet was würdest du denken wo landet deutschland da ja schwierig natürlich weil man einfach mit einer mit dänemark und vor allem eben auch spanien wirklich zwei trocken in die gruppe zugelost bekommen hat spanien ist aktuell so ein bisschen benchmark im frauenfußball einfach auch von der art und weise wie sie fußball spielen sie haben jetzt noch nicht wirklich viel gewonnen in der historie noch nicht nix eigentlich deswegen ist es natürlich jetzt auch entscheiden wie gut ist spanien dann wirklich auch im turnier wenn es um um was geht und wie weit können sie dann auch ihre ganzen individuellen stärken auf den platz bringen und ihren tollen fußball auch dann zeigen der dann aber auch produktiv sein muss und da hat man erfahrungsgemäß mit der deutschmannschaft immer irgendwie auch turniermannschaften hervorgebracht die sich dann auch wirklich im turnier teilweise richtig gut entwickelt haben und da muss man einfach jetzt glaube ich gut rein starten einen guten auftakt starten im spiel gegen dänemark und sich ein gutes gefühl holen dass das einfach auch auf der bühne richtig spaß macht zu kicken und ich glaube dann kann es ganz weit in der mannschaft und mit der mannschaft gehen dass man wirklich auch über die gruppenphase gut hinaus kommt und dann sogar in die in die finals einziehen kann ich glaube das ist auch die klare mission und zielvorgabe aber alles entscheidend wird der auftakt sein und sagt immer so ein bisschen der dosenöffner und wenn man die dose gut auf bekommt dann dann ist richtig viel drin also ich bin ja in dänemark und hier der hype um das dänische team und die europameisterschaft generell ist zwar groß aber ich glaube die so positiv auf erfolg sind die leute jetzt hier nicht gestimmt würdest du dann dänemark als einen geheim favoriten beschreiben ja ich glaube dänemark ist eher ein richtig großer stolper stein ich zähle jetzt dänemark nicht zu den top 5 6 mannschaften in dem turnier sie haben natürlich außergewöhnliche spielerinnen gerade um pernille harter so als topstar in der mannschaft die natürlich immer gehe genannt wird zine brun larsen sie haben ein paar spielerinnen die auch wirklich bei guten guten vereinen auch auf hohem level spielen und was sie haben ist ein guter mannschaftsgeist und teamspirit und wirklich auch eine gute taktische ausrichtung also sind gut eingestellt gerade auch defensiv und so ein skandinavisches bollwerk dann zu knacken ist auch nicht immer so leicht deswegen da kommt dann darauf an dass man das dann auch irgendwie spielerisch gut lösen kann auch gegen eine gut eingestellte mannschaft mit ein paar punktuell richtig starken individuellen spielerinnen aber ja klar dänemark gehört jetzt für mich nicht zu der mannschaft die die um den titel zwangsläufig mitspielen wird welchen geheim favoriten hast du denn der um den titel spielen könnte ich finde es fokussiert sich viel auf auf spanien ich finde es fokussiert sich sehr sehr viel auf england logischerweise hin und wieder hört man auch immer noch mal schweden ich glaube man vergisst so ein bisschen frankreich frankreich hat gerade so ein bisschen umbruch in der mannschaft zwei drei große namen wie eugenie le sommer oder amundin henry die jetzt auch nicht zum kader gehören die vorher die nationalmannschaft über jahrzehnt jetzt quasi was geprägt haben sind jetzt einfach auch gar nicht mehr dabei das heißt da ist jetzt definitiv ein umbruch entstanden aber frankreich ist für mich auch immer eine mannschaft die extrem gefährlich sein kann und weit kommen kann in dem turnier ist jetzt kein geheim favorit weil man frankreich schon immer auf dem auf dem schirm auch hat ich glaube norwegen ist auch immer eine mannschaft die auf dem papier unglaublich viel potenzial hat und aber in turnieren immer bisher in den letzten jahren immer so ein bisschen ja es einfach nicht auf den platz gebracht hat deswegen norwegen ist immer spannend finde ich auch ein auge auf die zu werfen weil individuell haben sie einfach auch ein riesen potenzial ja wir haben gestern mit leanne sanderson gesprochen die war sehr selbstbewusst dass england das turnier gewinnen wird ich meine die haben ja auch heimvorteil du hast ja in england gespielt mit und gegen england spielerinnen wie schätzt du die chancen dieses teams ein gefühlt gehört england für mich auf jeden fall zu den selbstbewusstesten mannschaften man hört ja immer wieder vielleicht kann sie dieser hype und dieser heimvorteil vielleicht kann es auch zu einem nachteil werden weil die spielerinnen gehemmt sind ich glaube das kann nicht passieren ich glaube england freut sich so sehr auf dieses turnier und die englischen spielerinnen in erster linie dass sie diesen hype für sich nutzen werden und wollen ich glaube nicht dass sie hemmen wird deswegen gehe ich da auch schon mit also england wird schon wird schon eine bomben mannschaft auch auf dem platz bekommen die frage wird sein ja noch eine neue trainerin mit sarina wiegmann die auch schnellen spielstil in die mannschaft gebracht hat schnell ihre idee in die mannschaft implementieren konnte damit auch zuletzt immer wieder gute gute ergebnisse und gute leistungen gezeigt die nationalmannschaft und die können natürlich auch mehr oder weniger aus dem vollen schöpfen haben eine richtig gute mannschaft zusammen aber ich meine für england ist es halt auch ein großes turnier mit viel erwartungshaltung sie gehören für mich zu den top 23 mannschaften bei dem turnier definitiv und glaube dass es für sie richtig weit gehen kann ich weiß nicht warum aber ich glaube nicht dass sie schaffen für mich reicht dann doch nicht für den titel aber es ist genau das was wir vorhin auch über die deutsche mannschaft gesagt haben es wird ganz ganz wichtig sein wie sie reinkommen in das turnier und wie sie einfach sich dann als als team und welche team dynamik sich dann da auch entwicklen kann und ja england ist in einer gruppe mit österreich du kennst bestimmt auch viele der österreichischen spielerinnen persönlich vor wem hast du besonders großen respekt und gibt eigentlich gibt es eine besondere rivalität wenn es um unsere nachbarn gibt geht im frauen fußball glaube ich nicht direkt da gab es glaube ich in der vergangenheit einfach auch zu wenig duelle die irgendwie mal entscheidend sein konnten über erfolg oder niederlage ich glaube österreich hat in der vergangenheit gezeigt dass sie auch als kleinere nation gerade auch kleinere frauen fußball nation über ihren teamgeist und über ihren spirit und ihre gute laune in der mannschaft extrem viel reißen können und das ist auch einfach sehr sehr wichtig ist dass man als mannschaft gut zusammenarbeitet und das können die österreicherinnen und da gibt es da gibt es einen kreis an spielerinnen und einen kern an spielerinnen der seit jahren zusammen spielt das sind auch vor kurzem hat eine spielerin geheiratet und da war glaube ich die halbe nationalmannschaft dann auch bei der hochzeit da merkst du dann okay das sind eben mehr als nur mitspielerinnen und teammates das sind wirklich freunde und da sind richtige freundschaften in diesem teamverbund gewachsen in den letzten jahren und so spielen sie dann aber auch fußball also es wirklich ein team aus elf freundinnen die da irgendwie echt zusammen kicken und total lust darauf haben sich da irgendwie zu pushen und gegenseitig zu stärken und sich auch gegenseitig erfolg gönnen und einsatzzeiten und das ist so die stärke die österreich hat die haben natürlich auch gute spielerinnen der spielerinnen auch in england in frankreich in deutschland also sie sind wirklich auch gut aufgestellt personell vielleicht jetzt nicht bis zur 22 spielerin so stark wie es andere nationen dann vielleicht haben die aus dem vollen schöpfen können aber es ist auf jeden fall eine mannschaft mit der zu rechnen ist sie haben natürlich den knüller im old trafford als auftaktsspiel gegen england da muss man mal schauen wie die ösis wenn ich das so sagen darf dann mit dem druck und mit diesem stadion und mit dem kessel der wahrscheinlich brennen wird dann auch umgehen ja und der hype momentan um die europameisterschaft und wie die medien über frauenfußball berichten hat sich in der letzten zeit relativ gewandelt zum positiven man sieht viel mehr berichte auch anders als vor noch ein paar jahren was was macht das deiner meinung nach mit dem sport wo kann der sport in fünf jahren sein wenn es so weiter geht wie es gerade läuft und sich spiele weiter ausverkaufen ja ich glaube man hat jetzt die letzte saison war für mich so entscheidend wie man frauenfußball eben auch vermarkten kann auch auf club ebene und auf club level unabhängig von großen turnieren die dann stattfinden wo es ja erfahrungsgemäß immer dann ein hype gibt und gab wir hatten 2011 die heimwm in deutschland und man hat gesehen wie interessiert auch auch andere wirtschaftszweige dann plötzlich waren im frauenfußball mitzuwirken und zu investieren sponsoren und einfach brands die da wirklich auch einsteigen wollten und in sachen marketing dann auch einfach den frauenfußball als bühne genutzt haben und danach ist dieser hype so ein bisschen erloschen und man hat nie so richtig geschafft diesen ganz großen hype auch auf die liga umzumünzen und ich habe das gefühl mit der letzten champions league-saison mit der neuen mit dem neuen modus mit der gruppenphase mit den live übertragungen bei unterschiedlichen streams dass man einfach auch frauenfußball jetzt so ein bisschen ja normalisiert weil er einfach sichtbarer wird man spricht ja immer von dieser sichtbarkeit und man muss finde ich auch die art und weise wie die medien darüber berichten je normaler man darüber berichtet und den normaler man den sport einfach auch anerkennt und akzeptiert desto normaler wird auch angenommen und desto akzeptierter wird er auch in der gesellschaft und unser ziel jetzt als ehemalige spielerin und jetzt vielleicht auch trainerin und einfach ja frauenfußball liebhaberin weil es einfach meine leidenschaft ist ist natürlich so diese nächste generation auch einfach dahingehend zu beeinflussen dass sie sagen die jungen mädel sollen anfangen fußball zu spielen und die jungen sollen sagen ist ganz normal dass die mädels mit uns fußball spielen oder eben andersrum und dass das einfach ein ganz normaler prozess wird dass es nicht mehr heißt wow du spielst fußball als mädchen und wie bist du dazu gekommen was ich ungefähr meine ganze jugend und immer noch mehr als kommentare und fragen anhören musste sondern einfach cool und du spielst fußball also soll einfach normal sein für ein junges mädel fußball zu spielen und auch für eine profisportlerin dass eben der fußball auch ihr profisport sein kann und das finde ich es ist ein großer teil bei den medien wie berichtet wird wie die berichterstattung aussehen klar geht es am ende auch immer um die qualität des sports ich glaube da ist in den letzten jahren auch viel passiert der frauenfußball hat sich technisch taktisch athletisch auch extrem entwickelt wird sich auch weiterentwickeln je besser die basis ist desto besser ist auch das endprodukt was daneben oben ankommt und ich glaube da ist extrem viel passiert da ist noch viel potenzial ich bin mittlerweile ja auch jugendtrainerin und weiß was dafür juwelen auf uns warten dann vielleicht drei vier fünf jahren die dann oben anstoßen werden aber es ist viel zu tun noch aber ich glaube es hat sich definitiv viel 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 zum positiven entwickelt cool ja das bringt mich gut zu meiner google suchen frage also wir haben auf google geschaut welche suchbegriffe welche suchanfragen auftauchen gibt man frauenfußball in in die suche ein und wir haben das in verschiedenen europäischen ländern gemacht und in deutschland war da relativ weit oben mit dabei frauenfußball ist die pferderennen nur mit eseln ich habe den spruch vorher noch nie gehört habt ihr dann selber auch gegoogelt und da kamen direkt auch zeitungsartikel die das als headline benutzt haben wie geht man mit solchen sprüchen um und was sagt man vor allem auch jungen spielerinnen die mit solchen kommentaren oder ähnlichen konfrontiert werden also erst mal es ist für mich jetzt nicht nichts ganz ungewöhnliches ich kenne den spruch habe den auch schon öfter irgendwo mal gelesen oder auch mal gehört und ist ja dann auch so flapsig dass man irgendwie meint man muss sich dann über solche sprüche profilieren gerade gewissen runden in denen man dann manchmal zusammenkommt ich habe mir abgewöhnt so was wirklich ernst zu nehmen mich davon auch irgendwie gar nicht mehr beeinflussen zu lassen oder es auch gar nicht an einen dran zu lassen man fragt sich stellt sich manchmal die frage wieso ist man so protective nenne ich es jetzt einfach mal gerade männer mit ihrem heiß geliebten fußball dass ihnen quasi niemand anders spielen darf als ihre eigene spezies so kommt es einem manchmal vor dass der fußball immer noch den männern gehören sollte gerade eben wenn solche sprüche fallen und es ist für uns oft die frage so man akzeptiert irgendwie frauen handball und frauen tennis und frauen basketball und beim fußball gibt es immer ja es gibt zu selten einfach so ein ok es ist akzeptiert sondern es ist entweder oder also entweder man liebt oder man ist total dagegen und das ist für uns spielerinnen häufig auch so eine geschichte gewesen dass man eigentlich gar nicht verstanden hat und selbst wenn man sich nicht anschauen möchte und aus welchen gründen auch immer nicht vielleicht super unterstützend ist dass man sich einfach akzeptieren kann dass es eben passiert und dass es auch gezeigt wird und dass es einfach ein teil der gesellschaft ist sport hat über ganz viele über den tellerrand hinaus ganz viele weitere tolle ja einfluss auf ganz andere bereiche und das ist ja auch was was man mit dem sport nutzen kann und sollte und wie man den sport auch sehen muss und gerade eben wenn man über gleichberechtigung spricht und andere gesellschaftliche themen kann der sport eben auch ganz viel abdecken und das allein deshalb sollte man einfach mädchen schon die chance geben im jüngeren alter diesen sport auch ausüben zu können und dass man sie auch pusht und dazu ermutigt weil jeder der selbst fußball gespielt hat oder einen anderen mannschaftssport gespielt hat weiß wie schön ist es in diesem team verbunden zu sein was da wachsen kann und wie man mit unterschiedlichen dingen umgehen kann und das einfach ganz spielerisch auch erlernen kann ohne dass man das irgendwo ja explizit lernen muss und das finde ich einfach das tolle am sport und das ist für mich häufig eben unbegreiflich wie man wie man da einfach dagegen sein kann auch wenn man wie gesagt wenn man sagt es ist nicht auf einem level aus welchen gründen auch immer körperlicherseits mit dem männer fußball und das mag auch der fall sein und dazu empfinde ich dass es den frauen zusteht diesen sport auch professionell auszuüben ja aber wahrscheinlich besonders wenn man jünger ist dann nimmt man solche sprüche ja auch noch mal anders auf also ich ja oder die vorurteile die es gibt wenn man fußball spielt oder ja das was ihr da macht ist nicht so richtig wie wenn er fußball ja auf jeden fall ich bekomme das jetzt mit mit unserer 17 nationalmannschaft die waren jetzt auch viel im fokus sie haben europameisterschaft gewonnen und dann plötzlich waren sie auch haben verschiedene sportzeitschriften auch berichtet auch gerade auf den sozialen medien und dann kommen eben kommentare die die junge generation so vielleicht noch gar nicht kennt und wenn ich mir so was durchlässt dann ist das irgendwie gehört fast dazu ist völlig normal was eigentlich schon erschreckend ist dass man es als normal akzeptiert und die mädels kommen dann aber und fragen hey wie soll man eigentlich mit so einem spruch umgehen und ich finde das ist ein bisschen lernprozess und eigentlich fragt man sich in dem moment eigentlich sollte man sich gar nicht dran gewöhnen und sollte gar kein lernprozess sein man müsste eigentlich pro aktiv gegen den schmarrn der dort geschrieben wird vorgehen man kann es leider nicht es ist ein feld was man nicht greifen kann und am ende ist es virtuell und es eben nicht die realität und ganz vereinzelt ist es vielleicht die realität aber es man kann sich eben extrem leicht machen unter diesem anonymen in diesem anonymen feld dann eben diesen hate sozusagen zu verbreiten und ich finde es der beste ratschlag ist einfach es gar nicht an sich ranzulassen es ein bisschen gar nicht zu lesen und wenn man es liest irgendwo mal aufschnappt dann einfach zu ignorieren und das zu machen was man liebt und dafür zu kämpfen und weiter nach seinen eigenen zielen irgendwo zu streifen und sich da nicht irgendwie von dem von dem fahrt abbringen zu lassen ja eine andere frage die dann noch aufkam in unserer in unserer recherche war wie lang ist eine frauenfußball spielen unglaublich wirklich gut aber ich glaube das ist ein guter abschluss für unser interview vielen dank julia dass ich mich mit dir über die em unterhalten durfte und wir werden noch mehr von dir sehen in den kommenden wochen sehr gerne hat spaß gemacht ich freue mich